Die letzte Mückenbekämpfungsaktion in diesem Jahr wird heute am Ballaton beendet. Auf 1650 Hektar ging es den kleinen Blutsaugern zu Leibe. Die Aktion konzentriert sich auf Gebiete mit Schilf und Rasen. Bewohntes Gebiet ist nicht betroffen. Die letzte Mückenbekämpfungsaktion in diesem Jahr ist sozusagen gleich die erste für 2018, denn es wird damit auch eine präventive Wirkung erzielt. Am Ballaton koordiniert der Ballatonverband die Mückenbekämpfung. Die Kosten müssen hingegen die jeweiligen Gemeinden tragen. Bis zur dritten Augustwoche wurde regelmäßig in ganz Ungarn etwas gegen die Mücken getan. Seit Anfang Juli wurde an 956 Orten insgesamt 714.000 Hektar aus der Luft oder auch vom Boden aus mit chemischen und biologischen Mitteln versucht, die Mückenplage so gering wie möglich zu halten.